Die Küste von Yucatan ist eines der schönsten Urlaubsparadiese am Golf von Mexiko. Aber in den Tiefen der Karibik lauert der Tod. Gewaltige Ungeheuer steigen aus der Tiefe empor und jagen die Beute Mensch. In Dorera, Meeresungeheuer greifen an. Miguel und Steve sind Rivalen in der Liebe. Der gemeinsame Kampf gegen die Mordbestien macht sie zu Freunden. Musik Einmalige Unterwasseraufnahmen zeigen Ihnen hautnah. Gnadenlose, dramatische Kämpfe zwischen Menschen und Meeresungeheuern. Genau zwischen den Augen musst du ihn treffen. Sonst war dein erster Fehler dein letzter. Musik 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 Musik